Berechne die Summe der 5000 ersten natürlichen ungeraden Zahlen. Es handelt sich hier also um diese Zahlenfolge. Wir erkennen sofort 1 plus 2 macht 3 plus 2 macht 5 plus 2 macht 7 und immer so weiter. Also ist das eine arithmetische Zahlenfolge und für solche Folgen haben wir diese Formeln zur Verfügung. Wir werden zuerst das 5000. Glied dieser Folge berechnen und das durch diese Formel. In dieser Formel ersetzen wir n dann und dann durch 5000, wir ersetzen t1 durch 1 und d durch diese Zahl 2, die hier immer wieder addiert wird. Somit führt diese Formel zu dieser Rechnung und diese Summe ergibt sofort 9999. Das 5000. Glied dieser Zahlenfolge ist also 9999. Jetzt suchen wir die Summe der 5000 ersten Glieder dieser Zahlenfolge und das machen wir durch diese Summenformel. In dieser Formel ersetzen wir n dann und dann durch 5000, wir ersetzen t1 durch 1 und tn durch 9999. Somit ergibt das diesen Bruch und dieser Bruch ist gleich zu 25 Millionen. Somit ist diese Aufgabe schon beendet.